Im ursprünglichen Stream ist das da auch so? Scheiße, komm ich nicht hier raus? Hey, weil es uns so hart verpixelt. Lass mich hier raus. Jetzt gerade, wenn ich das so sehe. Ich will doch nur hier raus. Oder ist das jetzt nur durch die Aufnahme? Das ist das eventuell ein bisschen. Ich würde sagen, wir fahren mal kurz zu Hause vorbei. Schauen, ob wir irgendwas finden. Vielleicht kriegen wir ja sogar noch eine Sequenz. Okay, kann durchaus sein, dass das jetzt in der Aufnahme so ist. Sequenz. Dann ist ja gut. Ach, der Typ, der wartet ja auch noch. Stimmt, da war ja noch was. Gut, dass wir es geguckt haben. Wirklich witzig. So, das ist ein... oh, mehr... Did you just remember something? Yes, ein room full of curiosities and artefacts. Ich denke, ich kann es finden in der Manor. Sherlock. So, ihr continuet zu pursue the Imaginary. Mycroft? Mycroft? What are you doing here? Get out of my house. It's my house, actually. I've come to bring you back. I have no interest in returning. Get alone with you. I know you lied about mother all these years claiming she was merely ill. But she was unstable. She never had tuberculosis. She was not recuperating, but mentally deteriorating. And you never once thought to tell me. How dare you? I shall not indulge this petulant tantrum. You can just tie yourself out and then slink back to London with your tail between your legs. Just tell me everything. I'm an adult now. Show me the basic courtesy of an explanation. You know I will find out eventually. The goal was stability. And that's what you got. The right thing for everyone was to try and move on from her passing. The consequences of one's actions determines what is right or wrong. Yes, exactly. The ends justify the means. After leaving Cordona, Sherlock, you had a normal childhood. In London, I was able to support you, guide you, shape you into a fine and productive young man. You have so much potential. So much to offer society. But that's not the end. Now I found the truth and it has shattered everything I knew about her, about you. And about myself. I feel unstable because of you. Your actions were not justified. Lying never is. Oh, grow up, Sherlock. It was a white lie which has as much use in the realm of the interpersonal as the international. It is time you come to accept that some things are bigger than yourself. Oh, you are full of it. You like to pretend you care about the big picture, but it's just an ego trip. You like knowing more than others. You like greasing palms and rubbing shoulders with the rich and powerful. You like having eyes and ears everywhere. The fact it helps the nation is incidental. Because all you care about is yourself. It's true. I have agents everywhere, including Cordona. If you weren't so damn stubborn, you'd realize that means I'm only here for you. I know. I know. Nicht was wir für ein großes Fass aufmachen, wenn wir jetzt in die Villa gehen und nach dem Zimmer suchen. Ich war schon gespannt. Ach komm, wir wollen nächste Woche auch noch was haben. Wie gesagt, nächste Woche Freitag muss ich mal sehen, wenn ich irgendwas passendes finde. Hat man ja gefunden, was passendes. Es war sehr schön. So, weiter geht's hier. Wie ist das laut? Ich glaube, das Intro war immer so laut. Besonders das zweite Spiel fand ich krass, dass mich das so abholt. Ich dachte, es wäre bloß so ein kleines, was weiß ich, das spielst du mal in einer Stunde einfach mal fix durch. Ich meine das erste sowieso, aber da hatte ich auch schon so ein bisschen höhere Erwartungen dran. Dadurch, dass das auch äußerst positiv bewertet wurde auf Steam. Und das hat sie dann auch gehalten. Das ist wohl richtig geil. So, ich hoffe, wir sind jetzt an der Stelle, wo wir rausgegangen sind. So, ich hoffe, wir sind mit der Zeit. So, ich hoffe, wir sind mit der Zeit, wo wir rausgegangen sind. So, wir gehen mal zurück. So, wir gehen mal. Na komm, die letzten 10%. Oh, nice. Oh, nice. Das hat richtig abgespeichert. Ja, Statue haben wir schon enthüllt. Aber hatten wir nicht noch nach dem Bild geguckt? Ich hätte gedacht, wir wären dann noch hier in dem Haus rumgelaufen und hätten dann nichts mehr gefunden. Naja, vielleicht hätte ich es auch bis zum Ende gucken sollen. Egal. Ich gucke sicherheitshalber noch mal irgendwie so ein bisschen die Türen durch, dass sich noch irgendwo was tut. Ich glaube zwar noch nicht ganz dran. Ansonsten gucken wir mal, was wir jetzt an Fällen offen haben. Der Fall müsste ja jetzt rein theoretisch komplett gelöst sein. Okay, hier hinten ist nichts. Oh, das triggert mich, dass ich das Schachspiel gegen den verloren habe. Obwohl es hätte nicht sein müssen. Okay, hier ist alles beim Alten. Da gucken wir mal. Den Fall haben wir. Okay. Wir heften den mal an. Ich habe mich wieder an etwas erinnert. Mir fiel wieder ein, wie ich einst große Knochen untersucht hatte. Ich erinnere mich auch an die Reflexionen der Lupe und der Mutters Stimme. Der Raum war voller Artefakte und Kuriositäten. Er muss sich irgendwo im Erdgeschoss des Herrenhauses befinden, in der Nähe eines auffälligen Gemäldes. Das kommt mir alles so bekannt vor. Im Erdgeschoss, bei einem Gemälde. Was ist das hier? Dann müsste das ja der Raum sein. Nein, hier können wir nichts machen. Oh, dort. Holzgefälder. Ich erinnere mich, um zu Hause mit ein paar perfekten Stücken zurückzuholen. Wir wollten sie in die Trainingssorten. Oh, das ist richtig. Wir standen da, trocken, schauend an etwas großartiges in der Hauptstelle. Weidlich, Eisschwanz, geheimnisvoll. Es ist bestimmt dieses ekelhafte Ding, was wir geschickt gekriegt haben. Oh, of course. That mortifying hoax, presently taking up space in our front yard. Well, fine. Your memory's better than mine. But I'm sure we started examining it immediately. And someone else was around, too. Äh? Ach da. Familie, Mitglied, weiblich. Werkzeug. Glas, Beobachtung, eine Lupe. Das wäre es ja gewesen, dann hätten wir ja die Figur nicht zugesandt kriegen hätten können. The workers took the artefact and placed it into the Cabinet of Curiosities. It became part of Mother's collection of fakes. She always said that the truth lies in the details. This mermaid helped me to learn that. Oh. Uh-oh. Ah, yes. My Mother's studio. She was an authenticator and this was her Cabinet of Curiosities. I never saw the point. What does it matter if some artefact is real or not? It still exists. Ach, du Scheiße. One of the most ridiculous fakes I ever saw. Its owner insisted it was a Polarbear. He thought the white paint on the brown fur wasn't noticeable. trotzdem schlimm. Was ist denn hier hinten los? Kuschelig. Ah. Was ist das? Okay, das schien's gewesen zu sein. Watkinson und Holman, Chapter 1. Watson und Holman. Watkinson und Holman, Chapter 1. By Wallace De Oram. Oh, Mycroft. He always acts so serious, but then reads tripe like this. John, if I remember correctly, you couldn't put this book down. mhm. Schön. Another fake Holy Grail. Ach so. Tona claimed to be the heir of King Arthur. Scarcely believable. He also insisted, a deadly rabbit was hunting him. Ah. Oh Gott, welcher Film war denn das? das war einer von, äh, Monty Python. War das Ritter der Kokosnuss? Also Leben des Prennen war's nicht. Es war, es müsste Ritter der Kokosnuss gewesen sein. Oh mein Gott. Mother said this was among the hunting trophies of a Scottish Viscount. So he tried to persuade everyone that his forest was inhabited by these beasts. It would have been thrilling, if it were actually true. Oh, er könnte der Kokosnuss das müsste hochkucken. die Ritter der Kokosnuss und Leben des Prennen sind eigentlich nicht Pflichtprogramm. Die muss man gesehen haben. Alles dann drüben.